Kurt Balm ist ein schräger Linksextremer, charismatischer, utopischer, weltfremder, sympathischer, ahnungsloser. Das Negative gefällt mir gar nicht. Und ich würde mich einmal mit sympathischer auf eine Ebene begeben, wo noch alles drinnen ist. Sympathischer, Altkommunist, Idealist, Querkopf, Träumer, Staatskünstler, Wadlbeißer, Schaumschläger. Also Schaumschläger, Wadlbeißer, fällt weg. Staatskünstler würde ich auch nicht sagen, kann nicht sagen, dass der Staat da finanziert. Träumer würde ich auch nicht sagen. Querkopf gefällt mir schon besser als Altkommunist. Der Altkommunist ist zu einseitig. Idealist oder Querkopf? Was gefällt Ihnen besser? Querkopf. Querkopf gefällt mir auch gut. Das finde ich echt stark. Sympathischer Querkopf, der Gott sei Dank nicht in der Politik ist, der im Gestern lebt, der nicht zu einer ÖVP-Klausur einladen möchte, der mich überzeugt hat, mit dem ich gerne auf ein Bier gehe, mit dem mehr Kulturförderung verdient. Nein, nein. Das ist kein so ein Subventionstück. Zu einer ÖVP-Klausur könnte ich mir vorstellen, sich als Diskussionspartner einzuladen. Das auf jeden Fall. So, sympathischer Querkopf, den ich zu einer ÖVP-Klausur einladen möchte. Sind Sie damit einverstanden? Das ist sensationell. Ja, weil alles andere ist mir irgendwo ein bisschen zu wach. Jetzt beantwortet die Fragen Kurt Palm über mich. Ich muss, glaube ich, da drauf drücken. Da jetzt, oder? Nein, da jetzt. Neoliberal ist jetzt zu. Stockantrativ sind sie auf keinen Fall. Vorblos auch nicht. Weltoffen würde ich schon sagen. Das ist mir lieber. Wir machen uns das untereinander aus, nicht? Das sind zwei echte Demokraten. Ist das alles so? Provinzpolitiker, Macher, Idealist, Ablösekandidat, Cowboy. Das ist natürlich hart für mich. Das Mühlviertel hat auch ein bisschen was von einer Western-Landschaft. Das ist für mich als Cowboy. Aber das ist hart, weil da kann ich... Das ist hart, das hat der typische Standart schmeckt. Alles im Griff. Aber ich muss leider sagen, das ist ein unten, der für mich unwählbar ist. Dann haben wir einen schönen Tipp. Das gefällt mir besser. Ein weltoffener Cowboy, der für mich unwählbar ist. Das finde ich eigentlich... Ich muss ehrlich sagen, ich finde sie wirklich... Eine lustige Kombination. Ganz nett, weil die ganzen Tänzler da, die Fallen, die die alle aufbauen, da die Burschen. Bestellstandart. Bestellstandart. Okay, auf.